Ihr braucht nicht immer Helmet und Arma, wenn die AKs haben, dann... Klingt das eh nicht, gell? Ja, weil das braucht nicht der Helm nix. Bei AK ist Runshot Headshot. 2B, 2R, komm mal, ich zahl dich auf und smoke die Scheiße. Ja, weil smoke die Scheiße. Ja, super hab ich den geworfen, nein. Der kam irgendwie von dahinten, Alter. Wo kam denn der da her? Der ist noch Tote Hose. A ist Tote Hose. Kleinen Kackpratzen, Alter. Ich glaub A kommen jetzt, ey, ich spür's. Ja, die kommen auch. Bei B ist gar nix, ey. Ja, bei A ist auch nix, oder? Es chillt nochmal, chillt nochmal, Alter, erst eine Minute. Vielleicht ist es besser, shut your mouth. Was ist das für eine Aufteilung mehr, Leute? Alles squeaky. Cool down, cool bleiben. Oh Gott, Alter! Da ist noch einer, im Gang. Ja, ja, ja. Kann einer in die Mitte gehen? Ja. Buscher? In der Mitte. Bist du schon rein ins Connector oder nicht? Das weiß ich nicht. In den Tunnel, meinst du? Ja, ins Connector ist das Z. Oh Mann! Mangel B, Mangel B oder was? Da stehen zwei Stück, zwei Stück in der Mitte. Stehen sie? Sieben Sekunden, Jonas. Was? Alter! Ja, wir wollen gut. Fuck! Counter-Terrorist win. And Terrorist to me. Sehr schön! Leute, ich brauche hier mal nen Drop vielleicht. Oh nein, oh nein. Ich will Rauchgranate hinwerfen, wenn du willst. Gib mal Rauchgranate. Ja, deswegen ist es ja so. Deswegen sollte ich dir was kaufen und dann kannst du full kaufen mit der Leuch. Ja, gib schon Rauchgranate, danke. Geht nicht. Danke.